Das ist jetzt mir hier. Mein rechtmäßiger Baum hier. Hier steht der Schild. Da alle lesen hier. Ich kann es nicht lesen. Ich bin an Alphabet. Na ja. Ich glaube, ich mache hier oben mal ein Lagerfeuer. Nein, das sitzt doch nicht auf dem Baum. Das ist das Lagerfeuer. 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 Das Lagerfeuer. Das Lagerfeuer. Das Lagerfeuer. Lagerfeuer. Ja, Schatz. Wo bist du? Komm noch mal zu dem See. Nein. So, oder nicht? Willst du mich jetzt töten, weil du ein Feuerzeug hast? Ich will nur damit weitermachen, wo ich eben angefangen hatte. Oder dabei war. Wie kommst du damit, dass du so wichtig bist, dass ich immer um alles schaue, was du machst, so immer mich auf dich kümmert. Das ist ungerecht. Ja, das will ich aber. Pech, das kriegst du aber nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Dann gehe ich jetzt auf. Krankes, Krankes, Kille. Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. ADS oder hat sogar noch das Hyperaktivität-Syndrom mit dem ADHS? Nein, du musst einmal erst erklären. Wir müssen doch einfach einmal gewaschen. Aber wir müssen immer wieder was aufnehmen, so ist es da los? Na? Oh, wunderbar. Ok, dann hat es eine mehr weiter. Ja, richtig. Ich war total und schockiert, dass du mal wieder was machst. Nein, du sollst nicht. Nein, du sollst nicht. Nein, doch. Wachsen mit 10, mit 10 Du wachst. Nein, du sollst nicht sein. Ey, wo ist jetzt eigentlich mein Hauptlager, Aga, wo das wertvolle Zeug ist, ne? Das ist einfach in der Ender-Chest, das wertvolle Zeug. Oh, du bist ja einer von den Ganttaten, du. Ja, ich bin so kreativ, dass es zu mir da geht. Ich habe nix an. Ja, ja, typisch. Ja, ich hab nix an. Der Pädobär steht mal wieder nackt vor Massen. Nein, steht er nicht, er hat eine Rüstung an, ich seh's. Guck mal, Rian. Guck mal, das ist ein roter Fisch. Der droht der Fisch, der droht der Fisch. Der droht der Fisch, der droht der Fisch, der droht der Fisch. Oh, meine Güte. Oh, man, der wollte jetzt nicht dabei sein. Dieses Niveau. Weißt du, auslamsweise glaube ich dir das sogar, Marcel. Ich hab gerade roten Stapel meiner, und Aga ist hier gerade mit seinem Arsch vor mir. Marcel, jetzt hör auf. Okay, okay. Stell mal. Doch. Töten. Weißt du, was ich gefunden hab, Aga? Was? Ne, 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 schau mal. Das hier hab ich gefunden. Ganz neu gemacht und so, hier. Finger weg von meinen Öfen. Aufmerksamkeitsdequizid krankes Kind. Es will doch nur, dass sich der Pädobär um es kümmert. Soll ich das machen? Glaubst du wem ist es besser? Genau, Felix. Außer den Gips hab ich nichts mehr zu klauen, das hab ich jetzt alles. Das Feuerzeug ist von dir, danke, Aga. Ich hatte doch mal, ich hatte doch mal, ich hatte doch mal, ich hatte doch mal, ups. Ich hatte doch mal, ich hatte... Da sind sie! Uh! Rankings. Ey, Sepp, die hab ich nicht geklaut. Ich wollte ja eigentlich was klauen, aber dann warst du leider da. Entschuldigung, ich bin beim nächsten Mal nicht mehr da. Wir haben jetzt so absolutes Mitleid. Ja, ja, ich merke das. Der nächste Mal bitte nicht, okay? Ey, Felix, komm mal zu Aga. Felix, du wirst bei Aga gebraucht. Ganz wichtig. Ja, ich merke schon. Oder... Der ist bei mir so eisig wie eine Kartoffel. Obwohl, eine Kartoffel ist sogar noch aktiver als er. Das ist noch was nützliches. Die kann man irgendeinem Idioten an den Kopf werfen, weißt du? Hat's mir irgendwas tolles gemacht. Irgendwas tolles gemacht. Oh, siehste. Ja, richtig. Oder irgendwelchen Dieben, gäh, Aga? Unglaublich mit dir. Ich hab das Gefühl, Aga ist wie so eine Polizei. Kümmert dich um alles mehr. Alles doch gut. Nein, du musst es ja tun. Alter, ich hab so eine krasse Aussicht inzwischen, wenn ich oben auf der Pyramide stehe. Ey, schau, dass deine Pyramide nicht aussieht. Ist sie jetzt schon pyramidenförmig? Ich mach jetzt grad das weiter. Ey, ich mach jetzt grad das weiter. Dann könnte man sie abfacken. Wieso nicht? Dann schön... Du bist ein schönes Osterfeuer. Dich kann man schön aufs Feuer erlegen, da hat man was zu essen. Oh ja, das ist ja... Zunächst... Zunächst... Zunächst'n großen Tag Feier... Zunächst'n großen Feier zündig euren Weihnachten. Zunächst'n großen Feier hast du gar nix mehr. Naja... Marcel, es ist nachts jetzt... Hol'n mir meine Schleimbälle. Ah ja, genau! Oh ne, das schaff' ich nicht nach Hause. Doch, das schaff'ste. Ach nee, es wird grad erst nacht. Oh, dann schaff' ich das. Ja. dann holst du auch deine Schleimbälle ab. Ja, ja, mach ich dann schon. Ich will euch nämlich nicht mal zu besuchen kommen und selbst glaube ich will das auch nicht. Ja, ja. Halt mich leider raus zu dir. Marc will das auch bald nicht mehr, wenn ich so weit am komm. Das wollte ich noch nie. Da-da-dum! Oder so? Na ja, nix. Also wenn Marc nix hat, hat Felix das recht nix. Felix, ich bin daheim! Wenn Marc nix hat, hat Felix. Ja gut, Felix macht glaube ich nicht so bauernensibes wie ich, oder? Ja, wenn er die ganze Zeit nur am Telefonieren ist, kommt er auch nicht weit, ne? Stopp. Felix, ich tu dir nix. Felix, jetzt kann ich mich in Ruhe! Jetzt fängt sogar schon Felix an, dass man Marcel immer auf das große Fall verteilt. Felix, nur weil ich klauen wollte. Ich tu dir nix. Aber er denkt, er hätte eine Chance gegen mich. Er hat keine Rüstung an. Großer Fehler. Ach ja und Felix, falls du mich provozierst, hab ich immer noch dafür. Aber ich tu dir eh nix, weil wir verbündet sind. Bei dir werd ich halt am letzten klauen. Davor klau ich dann doch eher bei Marc und so. Der Arga klau ist immer sowieso. Arga kann ich deshalb auch am liebsten suchen. Ich geh nie mit leeren Händen auf. So. So, das Stein. Na? Oh. Jetzt versuche deine Rangheizpflanzer, aber das ist ganz klar. Warte, ich weh mir hier noch schnell die Schweine zenecken. Ich muss hier noch einen Baum pflanzen. Ein Duck. Hatte ich nicht noch? Da sind sie ja. Nein! Kommt da! Ja. Ein Sack Zement. 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 Und die zweite Strophe. Bei Sack Zement. Klingt schon sehr schmutzvoll dieser Text. Kommt kaum noch mit. Bei Sack Zement. Bei Sack Zement. Bei Sack Zement. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Kenn ich. Wir sind bis 95 Säcke Zement gekommen, bis jemand mit der polnischen Strophe rausgerückt hat. Nein. Markus Scholz hat mir geklappt. Hä? Was wird er denn jetzt? Na hab ich schon kurz meine Kontaktliste geschmissen, weil er nicht mit beschreibt und auf einmal will er doch wieder, oder wat? Äh. Oh mein Gott. Was soll's? Alter Drecksau. Aua. Aua. Ja, ja, die Ameisen, die leben und die Ameisen, sie haben auch eine Königin, genauso wie die B-Meisen. Oh Gott nein. Ja, ja, die B-Meisen, sie leben und sie arbeiten, sie haben auch eine Königin, genauso wie die D-Meisen. Nein, wie geht's weiter? Ich glaub ihr könnt euch denken wie's weitergeht. Nein. Ja, ja, die C-Meisen, sie leben und sie arbeiten, sie haben auch eine Königin, genauso wie die D-Meisen. Ja, ja, die D-Meisen, sie leben und sie arbeiten, sie haben auch eine Königin, genauso wie die E-Meisen. Bis Z los. Ja, alle D-Meisen, sie leben und sie arbeiten, sie haben auch eine Königin. Also du hast gern auch, wenn du bis Z-Meisen gesunken hast. Ich zieh das durch. Dann kommen auch die E-Ö-Ö. Macht Meisen. Nein nein, die will ich nicht. Hast du Tropesiez? Ja, Schatz? Du habst Tropesiez. Für mich habe ich immer alle geklaut, die hat er nicht mehr. Ich habe welche gebraucht. Aber wir haben in diesen Shisha-Set glaub ich alles mögliche gesungen. Das ging von Anime-Openings über die sinnlosesten Lieder von Basni Mou. der standard halt selbst kohle kohle nein hör auf damit sag ruhig soll ich dich jetzt wieder killen oder was? brauchst du mir kein weg doch mach weiter Aagar, wieder setz dich nein cheers Zum Beispiel das Ehep noch weiter zugehauen werde, man sieht das dann wahrscheinlich eh nicht mehr. So, wo bist du denn? Ich will meine, ich will die Truppe sieht, wenn du welche hast. Wiederkommen zu deinem See, von da aus siehst du es schon. Die habe ich immer alle geklaut. Ja, drei habe ich wirklich geklaut. Ne, ich hatte nicht mehr welche, das würde ich ja nicht fragen. Ähm, Ager, das kannst du definitiv vergessen. Doch, 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 du hattest da welche angeflossen. Beziehungsweise, ich werde es grönen, das können wir vielleicht doch lassen, aber dann bauen wir das noch richtig dicht hier. Ja. Hast du jetzt nur den Tropensitz? Ja. Ey, bau doch noch eine unterschiedliche Verbindung. Also im Inventar, was ich auch noch bei meinem Land ist. Da muss ich auf jeden Fall noch sehr viel Zubauen mit, ich brauche halt vor allem die Blätter. Ach, halte mal die Fresse, dass ich seht kein Engelaber. Ich habe das Gefühl, du vertraust mir nicht. Nein. Vertraust mir nicht, oder? Ich habe Fichtensitz, Eichensitz. Ager, äh, schmarkerst du, vielleicht wo du siehst. Wir, Sepp, Sepp, Sepp. Ähm, musst du mal in meinen Truhern gucken, ich bin jetzt gerade auf der Pyramide, sonst würde ich jetzt gerade nachgucken. Wenn du vor mir unten bist, dann kannst du nachgucken, ansonsten gehe ich gleich runter und guck nach. Ja, wie gesagt, Ager, das müssen wir auf jeden Fall schön zubauen und mitblättern. Ager, für die, die es vielleicht interessiert, wovon ich... Ja, ja. Mal, falls es eigentlich für die Zuschauer interessieren sollte, wovon ich eigentlich die ganze Zeit rede. Ich war auf dem Hörnerfest, im festen Wilden. Ohne Hohenhof. Lieber zum verdammten Heidenfest. Oh, jetzt hast du dir vier Feinde geschaffen. Naja, da sprechen so ein paar hunderttausend Menschen in allen Ländern der Welt jeweils immer eine andere Sprache. Hunderttausend. Okay. Dann trage ich das mit meinen islamistischen Freunden aufzuhören. Ähm, ich hab sogar israelischen Black Metal. Also, von daher... Nix. Gar nix. Was ist los, ey? Ich meine, die offizielle Zahl der Metal-Hörer wird auf bald eine halbe Milliarde geschätzt. Mindestens. Boah, eine halbe Milliarde... WUAH! Och, nö, und ich spart wieder bei euch im Dschungel. Ach, das ist doch Schrott, ey. Ja, hab ich. Oh, ich hab eine Kartoffel. Hast du aufgeschrien? Unglaublich, ey. Unglaublich. Da... Da... Geh ich grad in mein Haus rein und mach mir einen Stabstuhl. Alter Schicksal. Ich hab vor allem nicht etwa abgeschossen, sondern nur die Kippe runtergeschossen. Ist so. Ja, ich weiß. Du bitte voll. Ich bin fast am Hunger verreckt und hab mir nicht drei oder vier Blöcke... Marc, ich komm nicht raus. Ich mach so. Ich mach so. Ich bin echt. Äh, ich weiß, was ich machen soll. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Innovatives? Okay. Dann schauen wir mal, was wir für Onkel Seppo haben. Ah, da waren welche. Da ist nichts. Wir wissen, wer der Babo ist. Hier sind ähm auch welche drin. Ja, tschüss. Hier sind welche drin. Oh Leute, ich muss jetzt leider weg. Hier ist auch einer drin. Hier ist keine Wurgen dafür. Hier ist keiner drin. Oh, du kannst jetzt zusammenpassen. Oh, da weil du noch die Mannen nicht so lebt. Oh, ich habe jetzt... Oh, ich hab' ja genau drauf. Ich hab' ja genau raus. Du wolltest doch gehen, verbiss dich was sagen. Hey, Beutel, gell? Ich zieh' heute meine Jogginghose an, gell? Was passiert? Ich fick meine 50 Euro wieder. Ich fahre in meiner Hosentasche. 50 Euro, rettest du die Welt. Wenn du da die ganzen Probleme mit 50 Euro lösen kannst, dann will ich mein neues Leben. Naja, nein, nein, mein Handyproblem ist damit nicht gelöst, das wird anders gelöst. Ich habe meine Großcousine am Samstag kennengelernt, die ich abfüllen wollte und die schenken mir ein Handy. Moment. Also er schlärt seine Schwester in Schrank und seine Brüder. Nein, nein, nein. Na gut, Felix gehört auch dazu, merkt man da schon. Ja. Was denn? Sind die Geheimen? Naja, da haben wir schon, da hat er. Komisch, komisch. Hallo, du doofe Ursula, drehst dich mal um, ich habe einen geilen Fisch für dich. Freundchen. Ey Felix, wenn das so weitergeht, sind wir mit Militär stärker als Sepp und Aga zusammen. Mit Marc. Dann können wir den Anker starten und den Wald erobern. Wo ist denn der hin? Ich will nämlich den Wald abfackeln. Wer will denn so einen dreckigen Malte? Ich will den einfach noch brennen sehen. Weißt du, wie schön das ist? Das hab ich auch schon. Ich will den Schlagerfeuer, den Schlagerfeuer lebt. Ja. Sepp, Sepp, Sepp. Ich glaub, das ist die Lösung. Eine Miene. Eine Miene. Wo ist denn dieses Kack-Uts-Dockvie hin? Oder mal, Sepp, meinst du, die Season ist beendet, wenn ich... Ja, das glaub ich auch. In der Miene. Wo ist's doch hin? Das ist mir da. Sepp, 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 Miau. Ja. Das geht mir, das geht mir am Arsch vorbei, was du machst. Ich werd' eh eh verhalten. Du hast halt für ein paar hundert Aufnahmen gebannt. Boah, was ist das für ein Riesenbaum? Das ist mir ganz aufgefallen. Ey, du kannst mich nicht immer für alle Aktionen, die ich mache, band? Doch. Kann er das? Nein. Ich würde mir vorüberlegen, ob du das so reinrollen. Ja, das. Das glaub ich nicht. Aga hat's mir erlaubt. Hab ich gar nicht. Doch. Doch, doch, doch. Du hast hier keine Verbündete. Ja, das ist das sinnlose Verbündete, das hätte ich jetzt holen können. Ja, das ist das sinnlose Verbündete, dieses wir hätten alles holen können. Das ist das sinnlose Verbündete. Ja.